finde ich nice sieht schon echt cool aus hier in central in den ganzen hochhäusern irgendwie man hongkong sich so vorstellt können ja kurz mal hier baden gehen schade dachte vielleicht könnten wir unseren anzug waschen und da gibt es glaube ich noch einen zweiten ressort weil hier wieder schlägertypen sind und ich habe ziemlich geschaut und ich weiß nicht was ich bin so 3 3 und 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 Ich habe die Hände, ich selbst auch害怕. Schrauben sie! Schrauben sie! Schrauben sie! Kommt schon So Ein Tritt auf die Fresse Und dann haben wir das Ich glaube da kommt gleich die Rätung Für die Drei Leute hier 5000 Und wieder High Noch ein Schrein Dann haben wir ein Upgrade Ja Dann drehst du den Krankenwagen Aber jetzt Let's go zum Cop Job Hört sich irgendwie etwas falsch an Wenn man es so schnell sagt Man wisst schon was ich meine Cop Job Ich denke mal Wieder irgendeine Schiesserei Oder so Erwartet uns Hier Nein es ist schon Oh Gut der flüchtet schon Alter Sachschaden Ja ich und Autofahren Vor allem in diesem Spiel Keine gute Idee Really Der fährt hier zickzack wie Keine Ahnung was Stop Stop Das war er nicht ich Der hier die Leute überfahren hat Okay das war ich Okay das war ich Nice Aber ich glaube das war richtig schlecht Ja mega viele Punkte 20.000 Aber das ist nice Asitana Asitana Was Ja natürlich Ah vielen Dank Vielen Dank Lecker Dann gibt es gleich Hier noch Der nächste Cop Job Mal schauen was wir hier machen müssen Und dort vorne sehe ich gleich noch was blinken Ein Tresor Nee nicht mit dem Essen Leute du wisst dass das Mies ist Nein Ich bin gleich tot Brich ihm das Bein Come on irgendjemand No Shit Ich habe die falsche Tasse gedrückt Ja Welcome zum Central Hospital Ich habe es gesagt Und geahnt Doof Sorry ich brauche das Auto Coole Musik hörst du Tschüss Was ist eigentlich hier Okay hat sich gelohnt Wir halten hier gleich an Wie gibt es eine Überwachungskamera Die man hier oben hacken kann Und machen kann Haben wir hier schon mal die erste Kamera in Central Okay 4 ist richtig Dann kommt hier die 0 Hier wahrscheinlich die Die 6 Und hier 8 Nice Sorry ich park das Auto ja schon um Dann hat neuer Versuch Und diesmal brauche ich einfach volle Pulle rein Mit dem Auto Da Ich weiß nicht, ich mache es mir jetzt ein bisschen einfacher, würde ich... Wieso es schwierig machen? Really? Ich hasse diese Haut. Ich versuche die ganze Zeit eigentlich immer zu blocken, aber... Kommt schon, jetzt will ich auch mal ein bisschen abschnitzeln. Und weg mit dem Polzisten. Holy shit. Und der nächste Tresor. Und ne Jogginghose. Jade Schickler. Jade Schickler gefälschte Jogginghose. Hä? Aber der Cop-Job ist gar nicht erledigt. Ach so. Das ist ne Kamera. Ich vollidiot. Ich dachte, dass er wenn Cop-Job bietet, weiss ne Kamera. So ne Radio. Kein Null stimmt schon mal. Das ist gut. Gut. Gut, dann haben wir schon zwei Kameras. Ich glaube, das werden eigentlich Rolltrippen. Oh no, das ist hier unten. Oh no, das ist hier unten. Das ist nicht zu hoch. Irgendwie nice, dass es das hier gibt. Die Strassen sind schon echt cool hier gemacht. Ne Nächste Kamera. Da muss hier die Null. Perfekt. Das war easy. Können wir hier ein paar Razzien durchführen. Ich würde es ja interessieren, wie weit wir mittlerweile im Spielprozess sind. Aber ich weiss gar nicht, ob es hier irgendwie eine Anzeige gibt im Prozent. Mit Nebenmissionen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob es das hier gibt. Muss ich glaube ich nachher mal kurz nachschauen. Und falls ich ja was finden würde, werte, werte, lasse ich das natürlich mit drin. Das ist auch cool, dort oben die Werbung. Sieht halt schon echt cool aus hier. No, ich war ja richtig vollidiot. Wo können wir uns das anschauen? Auf dem TV natürlich. Yes. Gut, Central. Drei Punkte haben wir hier. Ich würde sagen, das müsste hier eigentlich sein. Gut, das war richtig. Ich habe zwar etwas gezweifelt, aber das war richtig. Das war der einzige mit einem Koffer. Wow. Die Schatten. Ja, und jetzt? Ich würde irgendwie auf den schließen, aber... Gut, dann ist es halt er. Wieso auch immer er das sein muss. Habe ich wahrscheinlich verpasst, dass der irgendwie was gemacht hat. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Oder auch nicht. Naja, das war es für heute, würde ich sagen. Ich will mal kurz schauen, gibt es irgendwie... Statistik. So. Abgeschlossene Events. 4 von 28. Erledigte Fähigkeiten. Chance fast ein Drittel. Erledigte Jobs. 6 von 50. Kameras. Abgeschlossene Fälle. Nahkampf-Upgrades. Story-Fortschritt. 40%. Hm. 6 Stunden. 14 Stunden gespielt. 73 Kilometer. Zu Fuss 18 Kilometer. Nice. Hört sich doch gut an eigentlich. Mal kurz speichern. Mal kurz speichern. Ja. Und dann würde ich sagen... Okay. Natürlich muss ich auf die andere Seite. Ist ja klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Sleeping Dogs. Haut rein. Und vergesst nicht... Und wir schlafen nie. Tschüss. stripe sehen. Simon Missichilsётся людей. Love is love. Adio. Laufeln 생 onda. Use das film. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. е翻äre. Vielen Dank.